Morgen meine Lieben, ja heute Nacht geht es los, wir fahren bzw. fliegen zwei Wochen in den Urlaub nach Spanien, Alicante und zwar müssen wir heute so circa um zwei Uhr aufstehen in der Nacht und dann fahren wir erstmal eineinhalb Stunden nach Stuttgart zum Flughafen, weil es da billiger war vom Flug her und dann fahren wir nach Spanien, äh fliegen nach Spanien, Alicante und dann haben wir erstmal zwei Wochen keine Videos, aber ihr könnt uns immer noch Fragen stellen, also mir und meinen Mann weil wir wollen ein Frage-Antwort-Video drehen, schreibt es doch einfach in die Kommentare hier drunter ähm, die werden wir dann in der dritten Woche, wenn wir wieder zurück sind, irgendwann beantworten und hochladen ähm, ich kann sie auch auf Instagram stellen oder eben auf Facebook ähm, ich werde ein bisschen filmen im Urlaub, also immer wieder mal, nicht die ganzen zwei Wochen immer wenn was Spannendes passiert, werde ich die Kamera anmachen und dieses Video wird auch in der dritten Woche irgendwann online kommen ich bin schon ganz verwirrt, weil ich von dem Stress bin heute ich muss heute noch Koffer packen, ich muss noch die Bude putzen, ich muss noch so viel machen deswegen bin ich ein bisschen durcheinander, tut mir leid Leute ja, weiter zum Thema Videos am Sonntag, wir kommen am 18. zurück und am 19. hat Lea Geburtstag da muss ich dann auch nochmal Kuchen backen und so weiter ähm, weil da feiern wir mit der Familie ein bisschen Leas Geburtstag und am Montag hat Lea Geburtstagsparty im Kindergarten am Sonntag werde ich auch ein bisschen filmen von der Lea im Geburtstag und ja, das wird dann auch online kommen und dann hätten wir noch Bock, dass wir irgendwelche Challenges drehen ähm, da könnt ihr auch eure Ideen in den Kommentaren schreiben ja Leute, ich wollte euch nur kurz informieren, dass es zwei Wochen Pause ist dass keine Videos kommen danach werden ein paar mehrere Videos kommen und wenn ihr Videos, Ideen habt, immer her damit ich bin immer offen und ähm dann sehen wir uns in zwei Wochen und bleibt anständig und brav und wir sehen uns Tschüss Tschüss MÜZİK MÜZİK